Freunde, heute spielen wir mal wieder nach lange dem Skibbidi-Toiletten-Defense-Simulator und unser heutiges Ziel wird es sein, den Nightmare-Modus zu besiegen! Den krassesten Modus im ganzen Game mit Ukri! Junge, dafür sind wir viel zu schlecht zum Lucky! Bist du sicher, Ukri? Nein, ich glaube nicht! Ey, schau mal! Hey, warte mal, ich kann mir deine Toiletten angucken, die du alle hast, Ukri! Wir schaffen das, bro! Wir schaffen das, let's go! Nein, Ukri, stopp! Bevor wir da jetzt anfangen werden, die Toiletten-City zu beschützen, und da habe ich noch eine Idee, und zwar, ich werde mir jetzt was aus dem Shop kaufen, Leute! Schaut mal hier unten, ich habe sogar schon den Titan-Kameramann, aber ich will noch krassere Sachen kriegen, Ukri! Und dafür gehen wir hier einmal zum Glücksrad, Ukri, und vielleicht kriegen wir das für einprozentige Chance! Komm schon, Ukri! Wenn wir das schaffen, Junge, sind wir die krassesten, okay? Let's go, würde ich sagen! Let's go, Junge! Ich kaufe mir das für tausend, Junge! Tausend Münzen, Leute! Komm schon, damit müssen wir was krassesten kriegen! Wenigstens den großen TV-Man, Leute, den müssen wir kriegen! Und ich würde sagen, einmal drehen! Let's go, Leute! Was werden wir kriegen? Wir haben TV-Man bekommen! LOL! Komm schon, damit was Besseres! Und zack, noch einmal! BAM! Was? Was? Nein! Nein, Ukri! Was hast du bekommen, Bro? Nein! Nein! Du weißt nicht! Ich wusste, nein! Ukri, du weißt nicht, was ich bekommen habe! Ich habe das für einprozentige Chance bekommen! Hä, was ist das bei dir? Bei mir ist das Upgrade-Titan-Kameramann! Das ist Laser-Kameramann-Kar! Für einprozentige Chance! Wow, das ist richtig krass, Alter! Als wenn, Ukri! Junge, ist das heftig! Du weißt gar nicht! Warte mal, was nehme ich jetzt überhaupt? Was mache ich hier überhaupt raus? Die Vivoman ist krass! Äh, Scientist-Kameramann, der Große! Der ist auch krass, aber ich glaube, Large-Kameramann ist krasser! Mach einfach Equip-Best! Mach einfach Equip-Best! Äh, Leute, geht das? Leute! Ja, dieser Scientist-Kameramann ist der Sekt! Okay, let's go! Komm! Wir starten jetzt die Runde, Freunde! Wir versuchen uns zu besiegen nebenbei! Wir haben einfach schon Titan-Speaker-Man! Aber wir haben nicht den Upgrade-Titan-Speaker-Man! Wir haben hier mal eine letzte Folge geholt! Und, Ukri! Komm schon, lass uns eine Runde machen! Let's go! Let's go, Ukri! Komm mit! Leute, wir werden jetzt den Nightmare-Modus walken! Schaut euch das an! Wir sind hier einfach mit zwei anderen Leuten noch reingegangen! Ich glaube, das ist... Damit wir es hier gewinnen, Leute! Let's go! Ja, damit wir es hier gewinnen, schaut uns ein bisschen höher! Guck mal, der wollte auch direkt Nightmare! Ich glaube, der ist gut, Ukri! Ich glaube, der ist Profi! Alter, warte mal! Hä? Das ist ein richtiger Noob bei uns! Ja, Ukri, was macht der an dir? Bläh! Warum willst du wissen, dass der Noob ist? Du, was machst du? Schau dir das an, Ukri! Ah, nein! Warte mal, das ist ein Scientist! Ah, Ukri! Weißt du, was es ist? Das sind einfach solche Wissenschaftler, die geben HP-Plus, wenn ein toller CT-Damage kriegt! Das heißt, wir lassen die jetzt durchlaufen, Ukri, oder was? Okay, platzier du mal erstmal nix! Und die geben plus, die geben plus! Aber, Ukri, ich habe einen großen Wissenschaftler nicht! Ich glaube, der ist krasser! Das ist eigentlich heftiger eigentlich! Ja, aber warum platzier du gar nix? Soll ich gar nicht platzieren? Und dann platziere ich direkt hier diesen... Ja, ich sparte auf den Laser! Sparte auf den Laser! Boah, Leute, der Laser-Kameramann! Ukri hat mir gesagt, das ist der krasseste, den es gibt! Ja, du hast... Einprozentige Chance! Spiel doch solche... Du musst ihn halt upgraden, und dann wird der richtig krass! Leute, der kann 1000 Damage machen, über 1000 Damage, 2000 Fass, und hat einen Cooldown von 0,1 oder so! Der ist ult... Was hat der hier eigentlich für Sachen? Ist das Survival Cameron? Äh, lol! Der ist voll schlecht! Boah, der hat voll die krasse Range, aber der hat voll die krasse Range! Ah, okay, aber was juckt Range, Bro, wenn der so wenig Schaden hat? Aber der Gute, der... Guck mal, der hat sich am Anfang platziert, weißt du? Der macht auch nicht viel Schaden! Es hat alles da umgemacht! Es hat alles da umgemacht! Außer irgendeine ganz kleine Skibbidi-Toilette! Bleh! Ja, egal, der heilt das ja wieder, oder? Uchi, du hast auch Speaker-Spider, ne? Uchi, Freunde, der hat richtig krasse Skibbidi-Toiletten in irgendeinem Video freigeschaltet! Ey, wie viel hat der platziert, du Rissecke, Alter! Junge! Ah, guck mal, guck mal! Alter, wie viel kosten die bitte sehr? Das Ding ist, die kosten nicht viel, ne? Ich hab so'n großen, ich hab so'n Krasse. Aber ich hab so'n Krasse, oder? Guck mal, hier, die heilt die Schad! Guck mal, guck mal, warte mal, zack, batz! Und die müssen das wieder heilen! Warte! Ich glaub, dass die nächste Runde passiert dann was! Nächste Runde, ne? Ja, 100%! Okay, das wäre gut! So, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, let's go! Let's go, wo soll ich ihn platzieren? Warte mal, soll ich ihn hier bei der Ecke platzieren? Ich platzieren hier, 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 hier ist der Lucky, hier! Hier? Ja, hier so, würde ich sagen. Ne, ich muss die Ecke dann... Ne, du musst hier platzieren, du musst hier, hier platzieren, hier! Hier? Verzau'n mir, verzau'n mir! Ja, genau hier! Weil dann ist der da vorne und hier auch alles, weißt du? Okay, ja, das kann sein, das kann sein, das kann sein! Ja, das ist echt gut! Wenn der noch Rage kriegt, dann ist der noch krasser! Aber wenn der jetzt hier platzieren könnte, dann hätte der hier noch, oder? Ja, egal, egal, hier kriegt der auch direkt, hier, zack, batz! Boom! Und ey, Leute, guck mal, der macht... Jetzt ist nicht gut! Jetzt, der hat erstmal Cooldown von 1 und 100 Damage, was er macht... 150 Damage, das ist ultra krass! Und sein Radius verbessert sich auch! Was bringen diese Scythes? Was bringen die, Junge? Hä? Warum heilt die unsere Stadt nicht? Doch, die heilt, Uckri, die... Äh, äh? Die heilt nicht! Warte, warte mal! Doch, guck! Extra! Ne, die geben mehr Cash, Uckri! Alter! Das ist ein Cash, guck mal, was die in der Hand haben! Cash! Ey, das ist voll OP! Mehr Cash für uns! Plus 50... Warte mal! Auch, auch, auch für uns alle, oder nur für ihn? Warum ist der sauer? Nur für ihn, oder für uns alle, Uckri? Keine Ahnung, ich glaube nur für ihn! Warum ist er so sauer? Ich weiß es nicht, Uckri, warte mal, ich bin jetzt auch sauer! Ah, ha, ha! Guck mal, böses Lachen, Uckri! Ey! Warum ist er denn sauer? Leute, ich glaube, die sind richtig krass! Aber ich habe einen Scientist, ne? Der ist noch viel krasser, meiner! Der ist noch viel, viel krasser! Also, der ist so ein riesiger Scientist! Das habe ich mal gezogen! Und, Leute, ich mache jetzt wieder richtig fett Damage! Ich brauche 400, und dann können wir es schaffen! Was ist dein Problem, hat Uckri gefragt? Jo, warum ist der Walter sauer? Was ist los mit dem? Keine Ahnung, Bro! Ich frage, warum der sauer ist, dann antworte ich mal, hä? Du bist ein Noob, schreibe ich jetzt! Please, Teamwork! Ich schreibe nix, schreibe nix, Bro! Schreibe nix! Ich habe gesagt, Teamwork, Bro! Teamwork, wichtig, Alter! Teamwork! Nicht sauer sein, Junge! Liebewichtig! Ja, ultra wichtig! Oh nein, die kommen durch! Die kommen durch, Bro! Nein, kommen nicht durch! Guck, sag, Bats! Bats! Bats, Junge, Bats! Die kommen gar nicht durch! Oh nein, die kommen wirklich durch! Nein! Oh nein! Nein, nein, nein! Aber es ist nicht schlimm, Uckri! Der geht direkt los, Uckri! Hö! Der platziert so einen schlechten, Alter! Der bringt doch gar nichts! Warum platziert der ihn überhaupt hier? Hätte ihn ganz viel vorne platzieren sollen! Aber guck mal, wie viel Damage der macht! Der ist gar nicht... Der ist voll selten eigentlich, ne? Ich glaube, der ist gar nicht mehr so schlecht! Ja, der ist nicht gut! Hö! Was hast du da platziert, Uckri? Du bist der richtige Profi! Alter! Boah! Nein, du kriegst nicht hin! Du guck, der ist richtig schlecht platziert, Uckri! Alter! Wer hätte ihn hier in der Mitte platzieren sollen, Uckri? Da hätte der richtig viel Damage machen können! Oh, stimmt! Egal, Uckri, egal, lost! Du bist halt halt lost, ne? Dann lass ihn einfach durch! Was? Upgradet! Ich hab den, äh, ich hab den, äh, Dings upgrade! Boah, guck mal! Guck mal, wie der jetzt rasiert! Guck mal, wie der rasiert! Boah! Boah! Boah, ist der richtig krass! Guck mal, der schießt solche Raketen! Ich komm, du! Boah, hast du was machen? Ey, guck mal! Guck mal, der ist richtig krass! Weißt du, wieso? Weil der kann nicht eingeschleifert werden! Der kann nicht schlafen gelegt werden! Weil der kann... Guck mal, soll ich mal hier, äh, TV-Wohnen platzieren? Ich glaub, die ist krass! Weil, guck mal, weil da wird, äh, hier alles gestreddert! Das ist gut wie die Masse! Nein, boah, das Toilette kommt! Oh, nein! Oh, nein, was machen wir jetzt? Können wir vergessen, wir schaffen das nicht! Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warte mal, warte mal! Zack, wie viel Damage kriegen wir? Hoffentlich ist es zu viel! Ah, wir kriegen viel Damage, Uckri! Was ist das, was ist das hier? Junge, was machen wir? Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein! Uckri, ich glaub, das war's, das war's! Ist war's? Warte, 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 warte! Müsste hier noch irgendwas krass passieren! Bisschen, ein bisschen, ah, nein, nein, nein! Okay, Uckri, warte, ich muss, ich muss es tun! So, es kommen hier zu viel ruhig, ich platz hier den Speaker-Spider, damit der hier ein bisschen aufräumt! Weil sonst, die machen zu viel Damage, Uckri! Guckt jetzt wenigstens paar, wenigstens paar... Aber da kommen noch einer durch, Bro! Ja, egal, guck mal, der klärt jetzt hier mal! Boah, was ist mit der Boss-Tourlette? Boah, die kommt wirklich durch, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung! Oh nein, aber ich hab nicht genügend, das konntest sowieso auch, das hättest sowieso nicht... Hä, die kommen alle durch! Hä? Junge, wie schlecht ist denn dein komischer Mecker da? Mutant-Toilette kommt jetzt schon! Oh nein, Leute, warum ist das so schwierig? Die Gerät ist zu schwer, das schaffen wir nicht! Junge, ich dachte, Uckri, dieser Nightmare-Modus ist einfach, ne? Aber wir müssen irgendeine krassere Taktik sehen! Oh, der ist unmöglich! Wir machen gleich noch eine Runde, ich weiß nicht, ob das verlieren... Die kommen auch hier durch! Wir machen gleich noch eine Runde, Uckri, und dann werden wir alles rasieren, Junge, ich sag's dir! Ich sag's dir, Uckri, ich sag's dir! 100%er werden wir alles rasieren! Was?! Was hat der jetzt platziert? Alter! Hä? Junge, woher hat der das? Titan-TV, man! Junge, der ist, glaub ich, krass! Der hat die ganze Zeit gespart, Uckri, nix platziert, nur dafür! Das kann sein, aber wir verlieren trotzdem! Ja, aber ey, ich müsste nur noch upgraden, Uckri, da macht der richtig fett Damage plus! Achtung, achthundert... Jetzt ist der gut, jetzt ist der gut, meiner! Guck mal, jetzt macht er gute, gute Range! Zack, let's go! Upgraden, upgraden! Ich baue noch ganz bisschen... Ja, aber die Brustkante kommt durch, Bro! Egal, 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 egal! Junge! Ey, wir müssen es schaffen, Leute! Komm schon, komm schon! 140! Boah, wir sind richtig weit! Ich will den upgraden, ich will den wenigstens einmal upgraden, ich will sehen, wie krass der ist, damit wir nächste Runde werden schaffen! Upgraden! Boss-Toilette kommt durch! Oh nein, oh nein, Leute, was machen wir? Was machen wir? Bad, ist abgegradet! Boah, guck mal, das Laser jetzt! Alter, ist der krass! Alter! Okay, guck mal, der ist komplett krass, der ist komplett krass! Oh nein, Boss-Toilette! Ja, okay, wir sind am Ende, Uckri! Was ist so ein platziert, Uckri? Junge, ist ja richtig krass! Oh nein! Na, in der Kopf ist der ja wie ein Tod! Irgendwie krass ist denn dieser Nightmare-Modus? Alter, wie soll man das schaffen? Das ist unmöglich, das ist unmöglich, Bro! Das ist echt unmöglich, Uckri! Und, bro, das war's! Wir haben verloren, Uckri! Egal, weißt du was? Ey, wir waren schon richtig gut, ne? Wir machen noch eine Runde mit ein bisschen krasseren Leuten, weil die waren echt Noobs! Und da werden wir komplett rasieren, ne? Weil ich hab hier diesen Large-Dings-Kameramann-Kar und der wird Ultra-OP sein! Leute, wir machen zweite Runde und die werden wir 100% gewinnen! Und ich ziehe nochmal in den Unit! Diesmal wird das heftig, Leute! Und wir... Ey, Leute, wir drehen noch einmal am Glücksrad! Nee, 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 let's go! Wir machen direkt eine Runde! Wir machen direkt eine Runde, Leute! Direkt, let's go! Und, Leute, ich bin gerade am überlegen, ich glaub, ich mach diesen Large-Kameramann weg und nehm dafür was anderes! Und zwar, Leute, ich mach jetzt diesen Large-Kameramann weg und nehm dafür den... Großen Large-Wissenschaftler-Mann! Weil der ist richtig krass, Leute! Der gibt richtig viel Plus! Der gibt Hälften Plus! Der gibt einfach Leben Plus! Und das ist richtig wichtig am Anfang! Den nehmen wir jetzt, Leute! Leute, zweite Runde, wir haben einen richtig krassen Profi gefunden! Und ich glaub, der ist gut, ne? Der ist nicht schlecht! Also, der ist auf jeden Fall besser als davor! Der ist einfach Top-G, Junge! Okay, Uchri, wir werden es schaffen! Ich sag's dir! Diesmal auch auf einer anderen Map, Leute! 100%ig, wir schaffen das! Und ich hab heute jetzt auch... Und, Leute, ich hab jetzt auch einfach so einen anderen Kameramann mitgenommen! Diesen Wissenschaftler-Kameramann! Äh, Leute, wir werden es schaffen! Ich glaub, wir werden gewinnen! Ja, glaub ich auch! 100%ig! Ey, Uchri, warum fragst du das, aus welchem Land der kommt? Hä? Yes, sir! Okay! Schau, vielleicht ist der Deutscher! Wär doch cool, oder nicht? Ja, wär richtig cool! Ja, werden wir! Wir werden es schaffen! Let's go, Leute! Wir werden es 100%ig gewinnen! Guck mal, der... Was hat der denn jetzt gemacht? Der platziert direkt solche Moneymaker! Okay, wir müssen irgendwas platzieren, Uchri! Platzier du mal was, weil ich will direkt diesen Dings platzieren, ne? Ja, platz hier sofort! Er ist von Iran, okay, Leute? Kennt ihr das Land Iran? Schreibt's mir in die Kommentare, Leute! Okay, und jetzt... Jetzt wird der hier... Ey, der schreitet alles nieder! Komm, wir schaffen... Okay, der macht zu viel Damage, Junge! Wir brauchen was Besseres! Egal, wir schaffen's nicht! Jetzt sollen wir durchlassen! Ist egal, oder? Ist egal! Okay, okay, okay! Erstes sollen wir überspringen, sagt der! Junge, der ist richtiger Profi! Ich glaub, was der sagt, dafür müssen wir uns halten, Uchri! Dann schaffen wir das! Ich sag's so, wie's ist! So, und dann platziere ich wieder meinen Laser-Kamerakamern. Und wenn ich den... Ich will den einmal Full-Max-Upgrade haben, Leute, und da werdet ihr sehen, wie krass er ist, Junge! Der ist so OP, ihr wisst es gar nicht, okay? So, perfekt! Warte mal, erstes skippen wir anscheinend. So, das heißt... Zack! Hier, warte mal, ich platziere ihn hier! Platziere ihn hier! Ich hab die perfekte Range, Leute! Und... So... Und... Direkt am Anfang, ich glaub, hier ist am besten! Weil hier hat den... Guck mal, hier hat der die krasseste Fläche, der kann hier überall hinten! Und das ist einfach am heftigsten, Leute! Ich sag's euch so, wie es ist. Ah, okay. Er braucht 500, um etwas zu spawnen. Okay, was will der spawnen, Leute? Was hat der für Karten? Ich hab gesehen, ich glaub, der hat Titan-Speakerman, Uckri, ne? Ich glaub... Der hat echt, glaub ich, krass Sachen. Der hat wirklich so heftige Sachen. Uckri. Komm, wir müssen's schaffen. Diesmal Konzentration. Wir werden's 100%ig schaffen, ich sag's dir. So, Bud. Erstmal hier alles erledigen. Zack, das ist genau. Upgrade für 400 brauch ich gleich. Der braucht nur 500, Uckri. Komm schon, wir müssen's schaffen. Alter, wir müssen's schaffen. Die kommen durch, Bro. Nein. Die kommen wirklich durch. Der braucht 500, Uckri. Der braucht 500, du musst irgendwas platzieren. Skip? Ja, frag, frag, ob Skippen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Leute, was machen wir hier? Wir sind die richtigen Noobs. Oh nein, Leute, gar nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Was machen wir hier? Hä? Ist irgendwas platziert? Glitch? Was? Der Glitch-Kameramann, Uckri. Was ist das, Bro? Guck mal, wie viel Damage der macht, Uckri. Schau dir das an. Alter. Junge, der ist so OP, Uckri. Der hat auch 1%ige Wahrscheinlichkeit, dass der droppt. Der ist so krass wie dieser Dings. Das ist der Krass von vor allem, ne? Ja, der ist ultra krass. Der ist wirklich Glitch-Kameramann, der ist heftig. Aber ich glaube, der ist genauso krass wie Laser-Kameramann. Nee, der ist krasser, Bro. Seiner ist krasser. Nee, 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 nee. Glitch-Kameramann hat genau dieselbe Wahrscheinlichkeit. Der hat genau dieselbe Wahrscheinlichkeit wie Laser-Kameramann, Uckri. Das weiß ich. Junge, der schafft... Wie krass ist der, Uckri? Junge, dann... Was? Der frisst jeden auf, Uckri. Guck mal, wie viel Damage der macht. Warte mal, wie viel Damage macht der überhaupt? Hä? Das ist ja richtig krass. Warte mal, Batz, ich muss den upgraden. Ich muss... Wir gehen auf, wir gehen drauf, nein. Fast nee, oder? Okay, wir schaffen es. Da kommt direkt ein Boss, Uckri. Da kommt direkt ein Boss. Das ist gar nicht gut. Nein, nein, nein. Upgrade, upgrade. Ich habe direkt upgrade, Uckri. Batz, batz, batz. Wir machen Damage. Guck mal, ich mache Big Damage. Ich mache Big, Big Damage. Die kommen aber auch durch. Egal, egal, egal. Glitch-Kameramann, der erledigt das. Der erledigt das. Äh, der erledigt das. Nein, der schafft das nicht. Egal, die macht nicht so viel Damage, Uckri. Macht nicht so viel Damage. Wir können den noch durchlassen. Guck mal, ich grade ihn gleich ab, Junge. Dann geht es richtig ab, Uckri. Dann geht es richtig ab. Junge, platziert mal was Gutes, Uckri. Oder was soll ich ihn platzieren? Alter, der Typ ist so gut, ne? Ich glaube... Ich glaube, mit dem können wir es wirklich schaffen. Der hat doch einen Glitch-Kameramann platziert. Was? Alter, wie krass ist der denn? Boah, Junge, das ist ja richtig heftig. Aber wir werden schaffen, der schafft es. Okay, gut. Dann schaffen wir es. Batz, easy. Ja, let's go. Uckri, klar. Ich glaube, wir können es wirklich schaffen, ne? Ich werde jetzt diesen Laser-Kameramann gleich... Diese Glitch-Kameramänner sind so krass, ne? Ja, ultra krass. Aber ich glaube, meiner ist echt kräftiger, ne? Guck mal meinen Cooldown gleich an. Guck mal meinen Cooldown gleich an. Du musst, du musst einen Laser haben. Du brauchst einen Laser. Der ist für den Anfang richtig krass, dieser Glitch-Kameramann, ne? Ja, er ist safe. 800 kostet es. Ich brauche nur noch ein bisschen. Ich brauche nur noch ein bisschen. Boah, der macht 1000 Schaden beim nächsten Upgrade. Du, der ist ultra krass, Junge. Der Kool-Kameramann ist halt immer gleich, der hat 1000 Schaden. Ey, wie viel Schaden denkst du, du kannst insgesamt machen, der Typ? Sehr Glitch-Kameramann. Boah, ich weiß nicht. Meiner kann eigentlich auch gut Schaden machen. Ich glaube, das ist der mit den meisten Schaden, ne? Ich kann Titan-Kameramann später platzieren. Der wird auch ultra krass sein. Okay, ey, worauf bin ich eigentlich voll gespannt. Ey, soll ich Scientist platzieren? Damit wir die Leben plus kriegen, gleich. Kannst du machen eigentlich, ja? Aber nein, 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 ich brauche nicht. Aber ich brauche den ersten Smartphone. Ja, aber ich habe nicht genügend. Boah, Mutant! Pass auf, boah, pass auf. Ich habe nicht genügend, Okri, was mache ich jetzt? Keine Ahnung, wir werden drauf gehen. Was soll ich Titan-Kameramann platzieren? Das kann ich nicht eigentlich. Wir müssen irgendwas platzieren, Okri. Nein, Bruder, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Wir müssen was platzieren, Okri. Junge, nein, sonst gehen wir drauf, Okri. Wir müssen was platzieren, jetzt sofort. Soll ich was platzieren? Kannst du was platzieren, Okri? Kann nichts platzieren, Bro. Also ich kann platzieren, viele Sachen eigentlich. Ich hoffe, der kann irgendwas krass platzieren. Aber die sind zu schlecht, die werden es nicht schaffen. Mutant! Was machen wir jetzt? Okri, ich muss auch platzieren. So, Okri, ich platziere jetzt alles voll, alles voll. Okay, das bringt nichts, Alter. Was machen wir denn jetzt? Nein, 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 Leute, das ist gar nicht gut. Denkst du, wenn wir die durchlaufen? Oh, ich habe mich schon gerade so gefreut. Ey, ich habe eine Idee, warte. Ich habe eine Idee. Quatsch. Warte, ich platziere den. Junge, kommt mir falsch platziert. Brä. Alter, der gibt Leben plus, Okri. Der gibt Leben plus. Ey, ich hoffe, der macht nicht genügend damage. Ich will nicht, dass er Leben plus macht. Ich hoffe, der macht nicht so viel damage. Ja, guck mal, der guckt zu. Wir werden sterben. Oh, Brä. Wir haben es leider nicht geschafft. Wir haben... Was? Hä, wir sind gar nicht draufgegangen, Okri. Lol. Lol. Aber Nightmare ist zu stark. Guck mal, er meint selber, das geht nicht. Hä, wie? Wie, das geht nicht? Leute, was machen wir? Leute, ich muss es tun. Ich verkaufe jetzt einfach alles, Brä. Ich verkaufe jetzt einfach alles. Es wird nichts bringen. Aber, Leute, ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf, Leute. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf, Junge. Ich gebe meine Hoffnung nicht auf. Dann kommt doch die nächste, Alter. Was ich hier platziert habe, Okri. Warte mal, können wir es noch schaffen? Okri, platziere alles, was du kannst. Er muss Mecha spawnen. Er hat einen Mistake gemacht, sagt er. Ey, sollen wir noch eine Runde mit dem machen, Okri? Dann können wir es safe schaffen. Ich sage dir so, wie es ist. Dann können wir es safe schaffen. Ja, wir haben verloren. Ok, Okri. Ich glaube, wir machen noch eine Runde mit dem. Vielleicht können wir es wirklich schaffen. Okri, wir werden es hinkriegen. Wir werden Nightmare-Modus noch schaffen. Ich sage es dir. Ok, Leute. Nochmal. Wir werden es diesmal hundertprozentig schaffen. Und ich glaube, diesmal spielen wir doch noch mit den Vierten, ne? Der Boss ist immer stärker, wenn du mehr Leute hast. Ja, ja. Du hast gesagt, mach keinen Unterschied mehr. Aber mach wirklich einen Unterschied, ne? Boss wird stärker. Okri, ich muss, Okri, du musst direkt am Anfang alles verteidigen, ne? Hundertprozentig. Und ich werde dann diesen Laser-Typen wieder platzieren. Und der platziert irgendwas krasses. Mekka oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich platziere mich am Anfang direkt solche Sachen. Was bringen die denn? Mehr Cash, ne? Die bringen Cash, ja. Aber guck mal, ich kann auch das hier platzieren ganz am Anfang. Diesen Typen, der einfach so richtig viel, ähm, einfach alles kaputt macht. Ja, wo ist der eigene Typ? Das habe ich, das habe ich. Ich kann einfach diesen Wissenschaftler platzieren. Und der gibt dann im Endeffekt ganz sein Leben plus, dieser große. Ja, dann platzieren direkt am Anfang, oder? Den Ball, ich habe ihn sogar gesehen, ne? Titan-Kameramann, auch ultra krass eigentlich, ne? Können wir sogar auch platzieren. Vielleicht platzieren wir ihn später. Aber ich will als allererstes hier den kleinen Typen hier platzieren. Weil, das ist noch immer mein Joker, Leute. Das ist der krasseste. Die erste Welle werden wir skippen, oder? Oder, Okri, platzierst du was? Ja, da skippen. Oder, ich weiß nicht. Weil hier ist eigentlich richtig OP, oder nicht? Wenn du hier drin platzierst. Okay, okay, komm. Wir skippen erste Welle, Leute. Und das ist, das ist die Meta, Leute. Weil da kriegen wir Cash und die machen sowieso nicht so viel Damage. Leute, schau mal. Die machen echt viel Damage. Die machen gar nicht so wenig, Okri. Sagst du dir so, wie es ist? Ja, ja. Wir haben schon Hälfte des Charms weg, ne? Junge, wir haben schon voll viel. Ich platziere jetzt den hier, Junge. Es tut mir leid, Okri. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Nein, nein, nein. Chill, chill, chill. Hä? Wir verlieren doch kein Cash, wenn ich den platziere, oder nicht? Keine Ahnung. Ich muss platzieren, Okri. Ich muss platzieren. Ich muss platzieren, Okri. Wir müssen irgendwie an Cash kommen. Ich habe kein Cash. Ich habe Cash, Okri. 300. Let's go, Buds. So. Okay, dann platziere ich den hier auch. Ich habe was platziert. So, perfekt. Alter, der ist gut am Anfang. Guck mal, der ist richtig wie meiner. Guck mal. Boah, Junge, der hat auch richtig krass Range, ne? Okay, passt. Perfekt, Leute. Der muss irgendwas krass platzieren. So, jetzt hast du was? Ah, das ist ein Mac. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Der sagt, den soll man am Anfang platzieren, oder was? Er ist gut, oder warum? Ich weiß nicht. Der scheint wirklich gut zu sein. Okay. Der macht doch nicht mal richtig viel Schaden, hä? Der hat doch auch das andere. Das ist doch ein Glitch-Kamera-Wand. Das ist doch eigentlich viel besser, oder nicht? Ja, ist okay. Aber guck mal, die kommen nicht durch, Ukri. Sag ich dir so, wie es ist, ne? Die kommen nicht durch. Digga, das ist knapp, ja? Gleich kommt Boss und dann kommen die safe durch. Stimmt. Gleich kommt der krasse Boss, Leute. Die Glastoiletten, ne? Die kommen jetzt auch schon. Die sind auch schon stark, Ukri. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Also, das wird echt schwierig, Leute. Aber es wird einfach XXL-Folge. Wir werden es 100% schaffen. Heute werden wir es noch schaffen, einmal den Nightmare-Modus zu besiegen. Das ist mein Ziel, Leute. So, wir haben wieder 200 Cash. Vielleicht danach werde ich wieder diesen Laser-Kameramann upgraden. Und, Leute, ich will noch heute viele andere Sachen platzieren. Ich will Wissenschaftler platzieren. Ich will auch Titan-Kameramann platzieren. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und wer wird es noch schaffen, die zu killen? Wir schaffen es. Wir schaffen es, Ukri. Ja, schaffen wir, schaffen wir. Let's go. Und ich glaube, Mac ist auch richtig krass, ne? Ich glaube, der muss... Ah, komm, komm, komm. Ja, let's go. Easy, Ukri. Easy, Ukri. Aber ich halte Mac auch. Ist der gut? Aber er hat doch noch krassere eigentlich. Ich kann gleich upgraden. Ja, der ist echt krassere, ne? Der Glitch-Kameramann. Ich glaube, der wird jetzt schwerer, Leute. Eigentlich, wir müssen es schaffen. Weil es sind aber kleine Toiletten. Kleine Toiletten. Doch, easy, Ukri. Guck mal, das ist Geldfarben. Die kleinen Toiletten geben immer viel Geld plus. Das ist richtig gut jetzt gerade. Aber guck mal. Die erledigen wir komplett easy. Obwohl, äh, warte mal. Warum sind die so krass, Ukri? Warum haben sie so viel Leben? Ich hab... Das Ding ist, der hier macht Flächenschaden. Der ist richtig gut am Anfang, ne? Junge, die sind klein. Die machen einfach schon so dick Leben weg. Das ist so krass. Warte mal, ich muss upgraden. Ich muss upgraden. Krass, Schrift. Komm schon, Leute. Jetzt werden wir es schaffen. Wir werden jetzt diesen Dings Dual Claw-Typen besiegen. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ich hab ihn so krass upgrade. Ah, der hat ihn gedingst. Er hat ihn gestoppt, Ukri. Komm schon, wir müssen es schaffen. Let's go. Ey, hast du einen Mac platziert? Ja, ja. Ey, wir haben es geschafft, Ukri. Let's go, let's go. Der ist bei uns das erste Mal direkt durchgekommen, ne? Alter, ich glaube, diesmal schaffen wir das. Guck mal, das ist... Hier kommt keiner durch, Junge. Ich sag's dir, so wie es ist. Guck mal, der ist richtig krass, Alter. Ja, wir haben es geschafft. Der sich so hier bewegt. Der ist wirklich echt richtig krass. So, ey, ich würde sogar sagen, ich platziere gleich wieder diesen Wissenschaftler. Ey, hier ist es okay am Anfang, ne? Damit wir einfach wieder Leben plus kriegen, falls irgendwas durchkommt. Platziere ich einfach diesen Wissenschaftler. Weil der macht auch ganz gut Damage. Der macht ja eigentlich immer so schlecht Damage. Und der ist ein krasser Wissenschaftler. Vielleicht platziere ich ihn gleich, den großen Wissenschaftler, Leute. Soll ich vielleicht die Vivum platzieren? Weil die macht Flächendamage. Ne, Bro. Create erstmal ab, oder? Aber es kostet 800. Ich hab erst 250. Du hast abgehend das Vertrauen mir. Dieser Laser ist richtig krass. Ja, ey, ich weiß, der hat dann richtig krassen Cooldown, ne? Richtig fat Damage plus, richtig krass. Boah, guck mal, guck mal, der macht sogar direkt schon Damage hier, ne? Hier macht er auch schon Damage. Ja, das ist OP, Bro. Richtig krass. Boah, aber wir müssen aufpassen, Boss-Toilette kommt jetzt. Ey, ich glaub, da kommen wir nicht durch. Top G muss irgendwas krass platzieren. Leute, Top G muss irgendwas krass platzieren. Komm schon. Mann, der kriegt doch so viel Cash. Der hat doch so viel Scientist, Leute. Hä? Guck mal, der macht richtig fat Cash. Der kommt durch, der kommt durch. Ja, der muss irgendwas krass platzieren. Was macht der? Hä? Denkst du? Ich weiß nicht. Nee, oder? Ah, es ist so knapp, es ist so knapp, es ist so knapp, es ist so knapp. Oh, komm. Es ist gut, sagt der, es ist gut, es ist fein. Wie ist fein? Ist gar nicht fein. Nein. Wir schaffen, doch, wir schaffen, wir schaffen, wir schaffen. Ehrlich, ehrlich? Ja, safe, 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 oder? Safe? Warte mal, der kommt ja gleich nochmal hier lang, ne? Ja, aber ich glaub, der schafft das nicht. Meiner macht sogar hier noch ein bisschen Damage, ne? Meiner macht noch hier ein bisschen Damage. Nein, wir schaffen nicht. Warte mal, der macht Damage. Der, nein, der schafft nicht. Wie soll das, wie soll das gut sein? Warum sagt der, ist es gut? Hä? Der kommt gerade durch, Jürgen Postolette. Ich springe auf seinen Kopf, Jürgen. Patz, Patz, das muss noch ein bisschen Damage machen. Nein, 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 nein. Noch gar nicht gut, gar nicht gut. Geh nach, geh nach. Hörte mal, Alter, der hat einen richtig krass upgraded. Nein, 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 nein. Nein. Äh. Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Soll ich irgendwas platzieren? Nein. Ich hab kein Money, ich kann nichts platzieren. Skip, skip, sagt der. Will er durchlassen? Ich glaub, ich glaub, wenn die wenig Leben hat, dann macht die auch wenig Schaden. Ah, kann sein, kann sein. Oh, das kann wirklich sein. Ah, okay, skip. Autoskipps sollen wir machen oder was? Ja. Ah, damit wir Cash kriegen und er was platzieren kann, Ucri. Das will er machen. Ah, ich verstehe. Okay, 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 let's go, let's go, let's go. Wir haben einen geskippt, das ist gut, das ist gut. Was hat der anderen platziert? Hör, der kommt da! Das ist richtig OP. Aber er ist falsch platziert, Bro. Er ist falsch platziert. Oh nein. Er hat reingekackt. Er hat reingekackt. Was hat er gemacht? Nein, wie cool ist das denn? Wenn du das upgraden, da kommen so richtig krassen Titalenkamera raus. Das läuft einfach da jetzt gegen. Okay, das ist ja richtig cool. Hä, ist ja voll cool. Warte, ich kann gleich upgraden, Ucri. Ich kann gleich upgraden, Ucri. Mutanten-Toilette. Oh nein, ich muss upgraden, ich muss upgraden. Ich muss upgraden. Ich brauche noch ganz bisschen, ich brauche noch ganz bisschen. Ganz bisschen. Ganz bisschen, ganz bisschen, ganz bisschen, ganz bisschen. Ich kann gleich upgraden. Kommt, den da hinten, musst du mir zerstören. Du musst den dahinter zerstören, ich kann gleich upgraden, Ucri. Zerstören der dahinter. Boah, ich kann upgraden. Boom. Ich habe upgraden, Ucri. Boah, das ist richtig krass. Ich glaube, Mutanten-Toilette wird nicht durchkommen. Nein, nein, nein. Er kommt durch, er kommt durch, er kommt durch. Nein, 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 Ucri. Zerstören, zerstören. Bitt nicht. Brrr. Also, ey, wir hätten so easy geschafft, ne? WTF. Leute, ich würde sagen, falls ihr noch ein paar ziehen wollt. Ja, wir haben wirklich... Junge, die Folge, wir haben so oft verloren, das kann nicht sein. Aber wir werden es 100% noch einmal schaffen. Wir werden es 100% noch einmal schaffen. Lassen ab und liken, der vergnet sich die Glocke zu aktivieren. Das tut mir wirklich nicht, dass wir es nicht geschafft haben, Leute. Ah, wir werden es noch schaffen, okay? Wir werden es mit dem Typen noch schaffen. Ich glaube, der eine ist einfach gelieft, Digga. Ich glaube auch, Junge. Der hat keinen Bock mehr. Checkt auf jeden Fall Part 2 ab, wenn wir es nochmal versuchen. Aber der hat auch... Der hat das selber... Der hat selber... Der hat selber verloren, Leute. Der hat das Schreckplatziert, ich sage euch ehrlich. Und deswegen würde ich sagen, freut euch das nächste Video. Ciao, ciao, wow, auf jeden Fall, Leute. Ciao, ciao.